Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einer Runde Find The Timo. Heute gibt es auf jeden Fall noch einen Catch The Shacko. Da habt ihr quasi an einem Tag den direkten Vergleich, was euch mehr gefällt. Find The Timo ist jetzt auch schon wieder fast zwei oder drei Wochen her. Und ich bin gerade dabei, mich zu verstecken. Mit dabei, der gegnerische Timo ist der Dennis M007. Das ist der Timo, den ich immer am liebsten im Gegnerteam habe, weil der hat einfach auch Ahnung, der kann einfach auch sein Timo. Und das ist wichtig. Timos müssen kreativ sein, die brauchen coole Verstecke. Und ich überlege gerade, wo ich hingehe. Ich habe ein bisschen Angst. Ich würde mich fast gerne hier verstecken. Nur die Minions dürften nicht kommen. Nein! Ich glaube, die Minions hier oben habe ich noch gerade gesehen. Deswegen warte ich jetzt kurz, bis die Minions hier weg sind und locke die auf eine andere Fährte. Nein! Jetzt wissen die es. Ich bin durch den Pilz gelaufen. Feels bad. Stopping. Die haben vorhin schon die ganze Zeit gepinkt. Ich glaube, ich muss dir nochmal sagen, dass es nichts bringt zu pingen. Der gegnerische Timo ist... Nein! Das ist immer unlucky. Wenn man durch den Pilz läuft, verrät man schon mal dem Team, was man vielleicht für einen Plan hat. Und vor allem ist die Gefahr jetzt auch groß. Wieder durch den Pilz? Serious? Nein! What? Oh Gott. Zwei, drei Mal noch durch den Pilz gelaufen. Wie unlucky. Ich komme nicht dazu. Lol. Der war auch da oben. Ich verstecke mich hinter dem Herat. Das hat das eine Mal wunderbar geklappt. Ungefähr so, dass er mich nicht wegstößt. Okay, ich bin ready. Erste Runde geht los. Go, 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 Leute. Erstmal danke, dass ihr eure Zeit für dieses Video nutzt. Sound-technisch, kameratechnisch, alles in Ordnung. Das freut mich. Let's go! Mit dabei Z-Kennen-Ash, Diana in meinem Team. Sucher-Squad bei den Gegnern. Ari, K6, Kragas und Thresh. Auch hier wieder coolen Reduction-Boots. Bieten sich sehr an. Tränen für alle, die die Mana-Usen. Ansonsten alles, was Abklingzeit bringt. Ich... Oh, oh. Ist es so obvious, dass ich es versuche? Oh, nein. Er wollte nur rüberreisen. Travelen. Ich persönlich glaube, dass der Timo hier ist. Der Gegnerische. Der muss ja irgendwo Topside sein, weil er hat hier meinen Pilz aktiviert. Und dementsprechend hat er nach 10, 15 Sekunden schon ready geschrieben. Äh, ich glaube, der ist in den Golems. In den Crax, glaube. Die Ash, die geht straight dahin. Okay, Ash hat's gecheckt. Ist es nicht so. Schade. Man muss auch auf jeden Fall als Sucher. Nicht nur der Timo, sondern... What? Nein, der Kragas ist noch da. Keh, den Timo vor mir. Nein. Fuck. Ich frage mich, ob sowas noch zählen dürfte. Fuck. So close. Selbst wenn ich Tränke genommen hätte, hätte es mir nicht gewacht. Ich hätte mit der Knospe... Ich hätte den Timo mitschasen können, oder? So close. 1 zu 0 für den Gegner. Einkaufen darf ich nichts. Das hat schon mal gut funktioniert. Wo stand der? Das stand irgendwo da unten, ne? Ich glaube, ich bleibe hier mal in meiner... Ich habe keinen Flash. Und keinen Ghost. Der gegnerische Timo hat, glaube ich, auch keine Beschwörer-Zauber mehr. Hm. Das ist noch in den Mauern. Ich weiß nicht, ob hier links oder da rechts besser ist, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Letztes Mal hatte ich nämlich ein Game, da stand ich rechts. Oder wer anders stand rechts. Ist das besser? Ah, ich will mal die Seite probieren. Probieren geht überstudieren. Ähm. Ich bin ready. Jemand will mich belehren. Geh da rüber. Wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wenn die Sucher ein bisschen schlau sind, dass sie halt genau so... Diese Ecke, die sieht so verdächtig aus. Ich finde, die sieht nicht so verdächtig aus. Ich finde, diese Bucht sieht verdächtig aus. Und diese Bucht. Ah, mal gucken. Vielleicht täusche ich mich auch. 0 zu 1. Falls sie mich hier finden, habe ich nur zwei Optionen. Nach links weglaufen und nach oben weglaufen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, Gragas erschien mir gerade sehr eklig. Body Slam, Slow, Ulti. Ähm. Wir hatten Gragas bisher noch nicht als Sucher. Ganz großes Lob. Dass es immer noch Champions gibt, mit denen man so effektiv suchen kann. Finde ich interessant. Das Versteckt, was Timo hat, aber irgendwo hier, ne? Also auch nicht im Gebüsch. Der stellt sich auch an die Seiten. Kasex ist hier. Oh mein Gott. Wenn ich mich jetzt finden, mein ganzes Team ist hier. Das wird eng. Das wird eng. Da war Kasex wieder mit seinen Schüssen, mit seinen Spikes. Da ist er. Okay, die laufen jetzt wahrscheinlich alle hin. Jetzt habe ich den falschen Ping benutzt. Der Z, ist er 6? Er ist 6. Und da kommt die Ulti. Nein, er hätte nichts getroffen von seiner Combo. Er hätte nichts getroffen. Okay, der Rest ist noch da. 1 zu 1. Der wurde natürlich auch Insta gehuckt vom Thresh. Das hat ihn so ein bisschen rausgezogen. 1 zu 1. Ich glaube, ich bleibe dem Versteckt, weil warum nicht? Ich stelle aber noch mal kurz Pilze. Ich habe noch ganz kurz ein bisschen Zeit. Ich stelle die Pilze hier vor die Eingänge. Das ist jetzt wieder hier fortgeschrittene Timo-Strategie. Denn der gegnerische Timo muss sich ja jetzt verstecken. Und wenn er es vorzieht, auf meine Seite zu kommen und sich zu verstecken, dann wird er automatisch durch diesen Pilz gesehen. Das heißt, wir wissen jetzt schon praktisch, der muss momentan noch drüben sein. Red Side. Okay, ich schreibe Ready. Das ist so sneaky von mir. Das ist so sneaky. Er könnte natürlich auch... Oh mein Gott, wenn er hier stehen würde, wenn er hier rüber flasht, wenn er hier rüber flasht, wenn er das wüsste und sich hier hinstellt, wir würden ihn nie finden. Weil jetzt gehen wir ja zu 99% davon aus, dass er auf der rechten Seite ist. Auch jetzt... Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Warum sollte er sein Flash nutzen? Der ist auf seiner Seite. Auf jeden Fall. Das ist safe. Alright, guys. 1 zu 1. Ich freue mich auch schon auf das Catch the Shaco. Weil das ist hier mehr so Spannungsaufbau. Wirst du getroffen oder wirst du nicht getroffen? Bei Catch the Shaco ist es rund um die Uhr. Rund um die Uhr. Auf der Flucht. Diana an sich erscheint mir auch stark, weil ihre W kann sie benutzen, um einfach durchlaufen. Das ist der Grund. Wir hatten Mundo zum Beispiel gebannt, damit Mundo nicht einfach nur rumlaufen muss mit der W. Bei Diana ist das eigentlich ähnlich. Aber sie kann es halt nicht konstant aktiv halten. Okay. Diana hat den hinteren Korridor abgesucht. Nein, da ist er nicht. Vielleicht ist der ja hier an der Kante. Stell dir das mal vor. Okay. Haben sie abgesucht. Der kann ja praktisch das, was ich hier mache, könnte er hier auch machen. Aber... Wir gucken mal auf Diana. Ich glaube, Diana hat Potenzial. Steht er vielleicht hier so? Oh! Oh, die Ari! So close. Steht die nicht noch hier? Okay, sie ist weiter. Sucht weiter seine Seite. Das macht gar keinen Sinn, was jetzt die Asche hier macht. Der ist auf deren Seite. Red Buff, Krux. Vielleicht auf der Knospe, im Baron... Ne, die Knospe ist noch aktiv. Die Knospe ist noch live. Das heißt, er ist hundert... Ich stehe nicht im Gebüsch. Ich bin mir nicht sicher, ob der Gragis mich hier noch gespottet hat. Aber ich bin safe! Flash und Ghost sind raus! Die Uhr tickt. Wir müssen... den gegnerischen Timo finden. Und das schnell. Ich kann mir vorstellen, dass er hier wirklich in den Golem steht. Okay. Wird der Gragis mich aufdecken? Ich stehe extra nicht ganz im Gebüsch. Falls er hier einen Fass drin hat. Genau so. Ich bin ripped. Ich bin ripped. Ich bin ripped. Ich kann nur eine Thresh lantern... Nein, wir haben gar keinen Thresh. Fuck! Es war nicht der Gragis, der mich aufgedeckt hat, sondern Kha'Zix hat nochmal reingeschossen. Okay, 2 zu 1 für die Gegner. Dass mein Team nicht gefunden hat. Wo kann der Timo stehen? Ich bin immer noch safe, dass er hier irgendwo sein muss. Das ist ein kleiner Bereich. Wir können es leider in unserem Video nicht sehen. Er kann in seinem Video ja sehen, wo wir stehen, aber umgekehrt, keine Ahnung. Der ist da nicht rüber geflasht. Er schreibt, dass er ready ist. Das ist schwierig. Dieser Punkt könnte jetzt entscheiden, ob es ein Lose oder ein Win wird. Hier bin ich schon mal durch den Pilz. Jetzt kann er wieder überall sein. Blaue Minions sind stärker. Der Turm ist gefallen. Ich habe Angst, dass ich mich in ihm drin verstecke. Warte, ich checke erst mal, ob er hier drin ist. Okay. Ich lasse die Golems kurz resetten. Er scheint nicht hier drin zu sein. Let's go for it. Ich muss auch immer wieder sagen, Thresh entpuppt sich als guter Sucher, aber auch als defensiver Helfer durch die Lantern-Mechanik. Die ist einfach awesome. Wir hatten auch mal einen Shen, der eine mal geultet hat, wenn es brenzig wurde. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt nicht an einem Pilz oder einem Timo vorbeigelaufen bin. Wenn der gegnerische Timo zum Beispiel hier steht. Viel Spatman schreibt der Greggers schon. Help me! Team! Team! Nein! Kill sie! Kill sie alle! Nice! Alle sind tot! Feels good, ich brauche ein neues Versteck. Ich glaube, ich weiß auch schon wo. Ob die Minions mich hier sehen? Ich hoffe nicht. Das Gute ist, der Kragas hat mich mit der Ulti auch noch ein bisschen sogar weggeschubst. Das hat mich gerettet. Wenn der Kragas insta geultiht hätte, hätte ich keine Chance. Was machen die da? So, ich dachte, die campen den Eingang. Wo ist der Timo? Ich habe Angst. Ich kann auch von Glück reden, dass hier noch ein Pilz vorher stand. Und zweimal aufgedeckt vom Gegnern schon Kaseks. Der hat nur richtig gute Wege. Haben die ihn? Da oben war er wirklich! Zett kommt nicht ran mit der Ulti. Feels bad. Das hat er richtig gemacht, weil er durfte nicht vorbeilaufen. Er durfte hier nicht rumlaufen über die Lane. Hat dafür seinen Flash gezündet. Hashtag Ehrenmann. So was schreibt in die Kommentare, Leute. Dennis, Hashtag Ehrenmann. Guter Timo. Und deswegen habe ich ihn als Timo. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Jetzt ist im Prinzip bei den Gegnern gerade das passiert, was bei mir passiert ist. Ähm, Timo wurde gefunden. Und ja, das Team hat die quasi ausgelöscht. Warum wird er gepinkt? Der ist doch da gerade abgehauen. Und wie wurde er gerettet? Durch die Thresh Lantern. Ganz großes Ding. Oh, 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 oh. Er läuft nur. Oh. Killt den Thresh. Ich komme mit. Jetzt machen wir so. Okay, ich weiß, dass die zwei da oben sind. Deswegen versuche ich hier, mich auf die andere Seite zu stellen. Der Kragas und der Kha'Zix. Mama Mia. Die machen es mich. Ich laufe jetzt komplett ganz woanders hin, wo ich es hoffentlich nicht erwarten. Am Rand, am Ende der Welt quasi. Nämlich, ich habe immer noch Flash und Ghost. Und Kragas ist zu fett und zu langsam. Er hatte halt E und Q auf Cooldown. Und dann konnte ich noch rechtzeitig loslaufen. 16 Minuten läuft die Aufnahme. Ich will das nicht verlieren. Ich will das gewinnen. Mein Team hat aber auch, glaube ich, noch nie hier gesucht. Und hier. Er könnte auch sein, dass er hier steht, zum Beispiel. Oh mein Gott. Hier wäre, glaube ich, auch Speed. Beziehungsweise, wir hatten den hier. Ist er echt da dran? Ne. Wir wissen, dass der Timo einmal hier esgapet ist. Ich habe mit einem Pilzenkill bekommen. Die stehen zu, die stehen zu sehr zusammen, die vier. Man kann mehr absuchen, indem man sich aufteilt. Oh mein Gott. Don't do this to me, Kragas. Nicht schon wieder. K in the main. Okay, er geht erst mal auf die rechte Seite. Oh mein Gott. Das Fass ging bis hier. Warum schmeißt es denn so weit? Er hatte mich praktisch. Oh mein Gott. Ich muss ghosten, ne? Oh, die Dodges! Die Q-Dodges! Oh mein Gott. Ich fände so laut. Ich habe jetzt keine Sums mehr. Wo ist der K-6? Noch dürfen die ihn eigentlich nicht angreifen. Ich verstecke mich nochmal im selben Bereich. Das ist jetzt der allerletzte Trick, den ich hier in der Trickkiste habe. Zweimal. Ich gehe ein bisschen weiter nach rechts. Das ist vielleicht zu weit draußen. Allerletzte Trick. Zweimal selber bereich. Das ist schon... Das erwarten die vielleicht nicht. Kragas. Dreimal hat er mich gefunden und zweimal hat mich K-6 gefunden. Wo ist der gegnerische Timo? Ich laufe ja auch nicht an dem vorbei. Man muss jetzt so weit denken. Ich bin nicht an dem gegnerischen Timo vorbeigelaufen, sonst wüssten die Gegner, wo ich mich ungefähr aufhalte. Das heißt, der gegnerische Timo wird nicht hier sein. Vermutlich auch nicht hier. Da ist... Da oben ist er. Ja, Z hat sie. Nein! Die Lantern! Fuck, this Lantern! Ash Arrow! Ash Arrow! Ash Arrow! Ult! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Ash hatte, glaube ich, genug Mana. Die hätte Snipe. Und jetzt, er stand echt noch hier in dem Gebüsch. Ich glaube es nicht. Ach du Scheiße! Der Z hat sogar noch Ignite! Das wäre nur das Ignite gewesen! Nein! Macht es nicht so spannend, ey! Also man muss auch wirklich sagen, äh... Gegner spielen auf jeden Fall ein gutes zusammen. Einerseits natürlich die Sucher, aber auch der Thresh, der macht ja defensiv. Ja, inzwischen habe ich auch schon wieder 5000 Gold. Guckt euch das an, die blauen Minions haben den Turm gekillt, die blauen Minions haben den Turm gekillt und den! Wollte ich nur mal gesagt haben. Jetzt kommt der Thresh in meine Seite. Auf meine Seite. Ja, der nimmt auch erstmal hier wieder rechts die Seite. Jetzt huckt er wahrscheinlich hier lang. Ich glaube nicht, dass der Thresh mich entdecken wird. Ich glaube, der wird zu sehr an den Wänden seine Skillshots bringen. Zum Beispiel so. Und Ari ebenfalls. Oh mein Gott! Das war so knapp! Das war so knapp! Und deswegen stellt man sich in die Mitte. Nein, nein, nein. Macht sie noch einen Charme. Es hat mich, es hat mich... Ich bin übereinkassiert, Mann! Ich bin übereinkassiert! Nein! Mehr ging nicht! Das waren die tanzenden Timo-Boots! Nein, da wird die Wölfe gespult! Wenn ich jetzt in den Timo-Pilz reinlaufe, dann ist es vorbei. Ich habe auch keine Tränke mehr, ich habe kein Heal mehr. Ich muss mir irgendwas aus... Alter. Oh mein Gott! Das ist so ein knappes feind der Timo! Das sind ja so viele Kills! Das ist noch nie gefallen! Ace Pur, sage ich nur. Weiter als das Gebüsch darf man hier nicht. Das ist so ein bisschen eine Grauzone, aber ich will mich nicht hierhin stellen. haben sie ihn? Haben sie ihn? Das wäre sweet. Ja, der steht da wirklich. Der steht... Natürlich ist wieder die Lantern da. Okay, Zed, du hast es. Diesmal Zed, hast du es. Diesmal Zed, hast du es. Nein! Der kommt wieder! Are you serious? Are you serious? Are you serious? Ja! Jawoll! 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 2-2! Der steht immer... Kantig. Wird kantig so geschrieben? Ich glaube schon. Der steht immer extrem kantig. Habt ihr auch gesehen, wo der hier stand? Der stand hier! Ne? Das ist schon so auch viel. Das ist ein Grauzone. Das kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Last... Äh... Letzter Punkt entscheidet. Dass das Feind in Timo so lange dauert, hätte ich nicht gedacht. Aber dafür ist es sehr spannend. Alright. Ich nehme sein Versteck! Ich nehme sein Versteck! Ich nehme sein Versteck! Auch hier wieder zweimal die Lantern von Thresh, ne? Richtig eklig. Äh... Ich bin ready. Jetzt bin ich gespannt. Ja, der Gragas schreibt, du wärst schon dreimal tot, Mike. Streng genommen hätte man dann auch sagen können, ohne die Lantern wären der Gegner Timo dreimal tot. Knapper geht es nicht. Ich habe schon mal im Titel geschrieben, knappstes Feind der Timo, aber ich glaube, das ist... Das ist so knapp, Mann. Ich lebe immer mit einem Balken. Beide Thumbs sind ready. Ich habe keine Pilze gesetzt. Ähm... Ich wollte nur jetzt schnell hier... ...zu diesem Versteck. Das ist mein Auftrag. Ich habe irgendwas hier hinten am Ohr, deswegen... ...kraul ich das gerade. So, wie sieht's aus? Ready. Er macht Druck. Aber Dennis lässt sich davon nicht per Urteil. Guter Timo auf jeden Fall. Auch hier zweitmal wieder rüber geflasht. Hier steht er gerne. Sicher an der eigenen Base. Der hat sich noch keinmal, glaube ich, auf unserer Seite versteckt. Wartest du... ...bist die... ...minions... ...finishen? Jetzt wird er frech. Jetzt wird er noch frech. Okay. Go, go! Längstes Feind der Timo. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr viel wart mit. Wenn ich direkt aufgedeckt werde von Kha'Zix oder so, weil er so einen breiten Fächer hat, dann rip. Hier kann mir mein Team nicht helfen. Klaiger's Fass war hier. Ah, die laufen alle vier zusammen, als ob die, keine Ahnung, schon ein Team fighten müssten. Wie gut ist das Versteck von Dennis? Ich hab ihn jetzt einfach mal kopiert. Okay, ich seh alle vier Gegner, alle vier Gegner schon Sucher. Ich hab also momentan keine Gefahr. Guckt euch die blauen Minions an. Die haben sogar den Tower jetzt hier schon gepusht. Und du sind am Mini? Ne, fast am Nexus. Fast am Nexus, sag ich schon. Mal schauen, wo du steckst. Tief in die Trickkiste. Kiste gegriffen, Fragezeichen. Bisschen Smalltalk jetzt schon. Bisschen aus der Bahn bringen. Unser Set ist schon sehr lau. Ich glaub, der hat dadurch ein paar Pilze eingesammelt. Ich persönlich, wenn ich jetzt mein gekonntes Feind Timo-Auge hier zur Aktion bringe, dann glaube ich, dass der gegnerische Timo A, Riverside oder meine Seite ist. Und zwar aus folgenden Grund. Die gegnerischen Sucher halten sich irgendwo hier auf. Und man hält sich meistens leicht in der Nähe seines eigenen Timos aus. Das ist ein bisschen wie Capture the Flag. Guckt euch den Cannon an. Der sucht jetzt auf jeden Fall kantig. Cannon kann ja auch mit seiner E aufdecken. Benutzt er seine E? Oder nur seine Q? Er hat ziemlich häufig, wie cool er da ist. Er hat 40% Cooler Reduction. Er kann auch sein Protobelt benutzen. Das müssen wir, glaub ich, in Zukunft verbieten. Protobelt. Ist das so OP? Wie lange hat's Cooldown? Das ist wie eine extra Suchfähigkeit. Oh, was haben die da? Nee, sieht nicht so aus. Die suchen, glaub ich, schon an den richtigen Ecken. Wo kann er sein? Okay, ich wollte noch mal sicher gehen, ob er hier steht. Ich glaube nicht, dass er da stehen darf. Aber ich finde es gut, dass sie es absuchen. Wie gesagt, das ist Krautzone, das muss man nochmal richtig besprechen. Die blauen Minions, sie kriegen noch einen Turm. Fast 7000 Gold. Wo ist der jetzt? Ja, die Minions regeln hier, das ist schon mal gut. Er ist nicht im Grump, er ist nicht im Blue. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch hier steht. Schade. Okay, Diana hat auch den Bereich gecheckt. Unser Eingangsbereich ist, glaub ich, auch gecheckt. Hier wurde auch gecheckt. Wo kann er sein? Mittig im River? Das hab ich auch einmal gebracht. Ist er mittig im River? Das könnte sein. Baron ist er auch nicht. Da ist er nicht, okay. Wo kann er sein? Der obere Bereich hier scheint mir noch nicht so gut abgedeckt zu sein. Vielleicht steht er irgendwo hier. Oder hier, da steht er auch nicht. Oh, 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 oh. Und der war im Red Buff. Der gegnerische Timo war hier im Red Buff. No way. Dass es nicht mal ein sonderlich gut ist, verstehe ich. Wieder aufgedeckt durch Kragas. Und diesmal hab ich ein bisschen geschlafen. Ich hab selber versucht zu suchen und wurde schon wieder ein bisschen attackiert. GG well played. Seit lange haben wir wieder ein feindes Timo verloren. Knapper geht's nicht. Danke auch an Dennis. Hashtag Ehrenmann. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mr. Mike K.P. Haut rein. Macht's gut.